Hallo Borussia Mönchengladbach-Fans! Heute werden wir uns alle Tore des heutigen Freundschaftsspiels ansehen, das mit 4 zu 1 gewonnen wurde. Bevor wir uns die Tore ansehen, bitte schon mal einen Daumen nach oben für das Video da lassen. Das erste Tor erzielte Nboumou mit einem schönen Schuss außerhalb des Strafraums. Das zweite Tor erzielte Hermann nach einem schönen Wurf. Hermann erzielte auch das dritte Tor, nach einer Flanke gelang ihm ein toller Schuss. Hannes Wolf hat ein ungewöhnliches Eigentor geschossen, aus dem Mittelfeld hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Und zum Abschluss des Spiels schießt Kone ein wunderschönes Tor außerhalb des Strafraums. Freunde, hinterlassen Sie in den Kommentaren, was Sie von dem Spiel halten und insbesondere von dem bizarren Eigentor, das wir erzielt haben. Vielen Dank. Vielen Dank.